Das folgende Video ist ein Zusammenschnitt, da ich bei der Aufnahme von drei Folgen Pokémon Platin Scheiße gebaut habe und meine Stimme nicht richtig aufgezeichnet worden ist. Also, los geht's. Die Aufnahme begann, indem ich mich erstmal aufgeregt habe, dass ich aus der Stadt nicht rauskam, weil der Typ meinte, ich sollte zum Fahrradweg gehen. Beim Fahrradweg wurde ich zurückgeschickt, hab mir den Vorschlag geholt und konnte dann endlich wieder in die alte Villa. Dort habe ich Rotum gefangen, das hat ein wenig gedauert, obwohl ich mich auch ein paar Mal aufgeregt habe und das Ganze zusammengeschnitten hätte. Nachdem wir also der Villa fertig waren, sind wir den Radweg runtergelöst und haben da ein paar Trainer bekämpft. Nachdem die Trainer bekämpft waren, bin ich in die Höhle rein, hab mich da verlaufen, hab mich aufgeregt, hab die Folge dort beendet und hab dann nachgesehen, ob man dort Karmolat fahren kann. Man kann dort Karmolat fahren, muss aber einen anderen Eingang nehmen, der versteckt unter der Brücke liegt. Nachdem ich dort runtergegangen bin, haben wir dort ein paar Items gefunden, ohne andere um die TDM. Erdbeben, hab dort ein Karmolat gefahren, bin wieder raus und bin in Richtung Herzhofen gelaufen. Hier unten im Kraterberg habe ich noch Cyrus getroffen, der irgendwelchen Müll gelabert hat. In Herzhofen angekommen, bin ich erstmal in einen Hasbüro reingerannt. Dieses Hasbüro gehört einer Dame, die hat sich dafür bedankt, dass ich in das Hasbüro reingerannt bin und hat es mitgenommen. Danach bin ich zurückgelaufen und habe festgestellt, hey, hier kann man Trassler fangen. Also habe ich einen Trassler gefangen. Das hat ewig gedauert und bis sie endlich mal ein weibliches Trassler hatte, damit ich es zu Gardevoir entwickeln kann, weil ich kein geiler Gladi haben möchte. Nachdem ich da fertig war, bin ich zurück nach Herzhofen und habe dort in der Wettbewerbshalle die Arena-Laterin getroffen, die dann glücklicherweise, nachdem ich sie angequatscht habe und festgestellt habe, dass sie einen französischen Akzent hat, ist sie in die Arena gelaufen. Nachdem sie in die Arena gelaufen ist, bin ich hinterher, um sie herauszufordern. In der Arena habe ich festgestellt, dass man eine Taschenlampe bekommt. Warum man diese nicht nutzen kann, anstatt die Form blitzt, weiß ich nicht. Ist eine ziemlich coole Arena, bin dann aber gegen die Arena-Laterin nicht fertig gefahren, da das E-Traum-Magie mit Level 26 noch zu stark für meine Pokémon ist. Ich habe die ganze Aufnahmesession dann beendet, indem ich gesagt habe, dass ich die Pokémon-Later bis Level 25 trainiere. Also werdet ihr bald einen Play-Flash-Laterin sehen, wo ich dann in Herzhofen stehe und meine Pokémon Level 25 bin. Danke dafür, bis zum nächsten Mal, ciao!